Herzlich Willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren. Große und manchmal kleine Ereignisse werfen ja bekanntlich ihre Schatten voraus. Es ist Montagabend der 12. Dezember und im Überbrückungshilfeportal wird schon wieder eine Wartungsauszeit angezeigt. Man weiß natürlich nicht genau was sich dahinter verbirgt, aber gut informierte Quellen wissen bereits, dass die FAQ zur Neustarthilfe kurz vor einer Änderung stehen. Auch hier auf der Startseite des Überbrückungshilfeportal Internetangebots finden Sie hier im Laufband den Hinweis auf die bevorstehenden Arbeiten. Die FAQ zur Neustarthilfe selber sind ja noch auf dem Stand 13. Mai bzw. August diesen Jahres, also nichts Aktuelles. Aber es wird wohl eine Frage von Stunden oder Tagen sein, bis die nun durch den DSTV verkündete Fristverlängerung für Neustarthilfe offiziell ist. Ja, Sie haben richtig gehört. Wie der Deutsche Steuerberaterverband heute intern mitteilte, wird die Frist für die Endabrechnung der Neustarthilfen verlängert. Und zwar bis zum 31. März, damit die Prüfenden Dritten, aber auch die betroffenen Mandate, die noch keine Endabrechnung eingereicht haben, noch ein bisschen mehr Luft haben, die Daten zusammenzustellen. Und auch die immer hervorragend unterrichtete Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt hat es hier schon formuliert. Fristverlängerung für die Neustarthilfe bei einer Abrechnung durch den Prüfenden Dritten ist durch neue Frist 31.03.2023. Und beide Quellen sind nicht dafür bekannt, dass sie mit halbgaren Wissen hausieren gehen. Wenn das hier bereits offiziell verkündet ist, dann bestehen da keiner der Zweifel mehr. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es auf den offiziellen Homepage der Überbrückungshilfe-Plattform auch in den FAQ nachvollzogen wird. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, wenn es auch nur einen von Ihnen etwas entspanntere Tage zwischen Weihnachten und Silvester, die man jetzt mit der Familie im Schneestadt im Überbrückungshilfeportal des Bundes verbringen kann, gebracht hat, dann ist das doch eine gute Nachricht. Danke an die berufsständischen Organisationen, die Bundessteuerberaterkammer, den Deutschen Steuerberaterverband und alle unermüdlichen ehrenamtlichen Helfer, die das möglich gemacht haben. Weiter so. Vielen Dank.